Hi und willkommen zu einem Vlog. Heute Morgen habe ich erst mal das Bett meiner Eltern umgebaut, weil ich ja gestern eine Torte gebacken habe und ich habe darauf bestanden, dass wir heute mal zusammen frühstücken, denn das machen wir eigentlich gar nicht so oft. In der Zeit hat sich der Rest meiner Familie fertig gemacht und ich konnte dann schon mal alles vorbereiten. Ihr müsst wissen, ich koche und wacke sehr gerne, deswegen mache ich das auch sehr gerne für meine Familie. Ich bin richtig stolz auf die Torte, weil die sieht von innen richtig gut aus. Und ja, ich sage Torte, weil da eine Creme drauf ist. Danach mussten wir alles aufräumen, weil wir nämlich schon wieder Abwasser entsorgen und Frischwasser tanken mussten. Das müssen wir so ungefähr alle drei Tage machen oder auch alle zwei Tage, je nachdem wie oft die Waschmaschine und die Spürmaschine laufen. So sieht das dann übrigens immer aus. Und als wir wieder auf unserem Platz standen, haben wir wieder alles entriegelt. Heute habe ich ein bisschen Französisch gemacht. Das Buch ist aber leider auf Portugiesisch, aber ich kriege es total gut hin. Später habe ich dann meinen Sport gemacht, die Küche sauber gemacht und für die ganze Familie heute mal gekocht. Die haben sich nach einer Fahrradtour dann richtig gefreut, was zu essen. Und am Abend haben wir ein bisschen auf die Deutschlandkarte geschaut, um zu gucken, wo wir als nächstes hinfahren. Das war es dann auch schon. Ich habe jetzt noch an meinen Vlogs gearbeitet. Und ja, bye! Tschüss! 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 Tschüss!